Lalalalalala, willkommen zurück, to let's play. Ahem, to let's play, Legend of Zelda, Oracle of Seasons. Ja, jetzt gehen wir hier weiter und schauen uns mal hier um. Ach ja, das ist doch toll. Ähm, ja, wo müssen wir jetzt... Oh, hier unten ist ein Weg frei geworden. Da gehen wir jetzt mal rein und schauen uns um. Und, oh mein Gott, hier sind wir, das ist aber toll. Hier wollten wir doch schon immer mal hin. Das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen. Und endlich wissen wir, wie man hier rüberspringen kann. Super, toll. So, jetzt gehen wir hier lang und hassen diese Viecher. Au, 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 lass mich in Ruhe und... Oh mein Gott, nein, hier ist schon der Endboss. Oh nein. Direkt nach dem Zwischenkopf-Boss kommt natürlich der Endboss, ist ja klar. Und, äh, keine, äh, Dingens und keine Tipps oder so. Das finde ich jetzt echt super. So, dann gehen wir jetzt aber so richtig rein, so schön in den Endboss. Dieses Schloss, oh. Oh, ich hab noch gar nicht den Schlüssel. Ich dachte, ich hätte den Schlüssel schon. Das ist ja toll. Ne, ne? Ich dachte, ich hätte den Schlüssel schon. Ich dachte echt, ich hätte den Schlüssel schon. Wieso hab ich den Schlüssel nicht? Oh, hier geht es ja noch lang. Vielleicht finden wir den Schlüssel. So, hier lang. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. So. So, mal sehen. Ah, so. Wo geht es denn hier lang? Ah, au. Oh. Oh, nein, oh Gott. Ahhhhhhh! Äh... Ok? Ja... Ähm... Äh... Nu? Ja und Nö? Muss ich das verstehen? Ja, ok, dann gucken wir doch mal. Äh... Ja, äh... Toll, jetzt müssen wir wieder... Warte mal! Hihihihi! So, dann sind wir wieder. Ähm... Äh, ja, also gehen wir mal wieder rein hier. Ok, jetzt soll schnell hier sein. Und genau überlegen. Nein! Wieso verstehe ich das nicht? Oh! Ah! Ja! Ok! Ja! Ah! Ja, natürlich! So geht das. So, hopp! Und dann sind wir. Du hast den großen Schlüssel! Ok, dann können wir jetzt zum Endboss. Und juhu! Ich hasse die Musik. Oh nein! Jetzt bin ich wieder am Ende! Hier und... Oh Gott, nein! Jetzt bin ich wieder die ganzen Flücher und... Oh nein! 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 Lass mich in Ruhe! Äh... So. Oh, ich hab ganz vergessen. Hallo! Hallo! So! Drei Minuten nehmen wir schon auf. Ja, ich kann aber hier bei Camtasia Studio 3... Kann man ja sehen, wie lange ich jetzt... Wie man lange jetzt schon so aufgenommen hat. So, ne? Kennt man ja. Naja, Camtasia Studio 3. So, jetzt geht's hier weiter zum Endboss. Und ich würde gerne wissen... Gehen wir mal an. Gehen wir mal an. Besiegt. Besiegt mal gucken. Aua! Nimm das, nimm das, nimm das! Aua! Aua! Das ist jetzt Kacke. Nimm das, nimm das, nimm das, nimm das! Okay. Ähm, ja. Vielleicht muss man ja genauso besiegen wie dem Zwischenboss. So. Ich hab Angst, Leute. Oh mein Gott! Was ist das? Nein! Ah! Oh mein Gott! Was ist das? Ich krieg gleich ein... Ah! Ah! Gaga! Nein! Äh... Oh. Ja! Super! Das freut mich! Es ist toll hier zu sein. Es ist richtig schön. Und so, ne? Ja! Ja! Super! So, jetzt gehen wir hier hin und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Wuhu! Oh! Falsch! Äh, dann vielleicht irgendwie hier so hin? Wieder wehgetan. Super! Ähm, ja. Dann vielleicht... Los, schieb! Wieder nix. Hä? Muss doch hier irgendwie was gehen, Mann? Oder kann man hier so... Ah! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha-ha! Ah, ha-ha-ha-ha! Ich hasse Motten! Aua! Aua! Aaaaaaah! Okay. Okay. Ganz ruhig. Ich hasse Motten! Hasse Motten! Ich hasse Motten! Und ich bin tot! Ja, ich bin tot! Das hat jetzt voll Spaß gemacht! Ich hasse Motten! Was ist das für ein Vieh? Das kann doch nicht sein! Ich werde es dir wie besiegen! Also irgendwie muss das doch gehen! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Aua! 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 Das kann doch nicht wahr sein jetzt, ne? Nee! Ja, ich gehe raus und wieder rein! So! Das war jetzt nicht pervers oder so gemeint! Das fehlt ja Quatsch! Wovon redet ihr? So! Ich mache jetzt hier so ein... Okay, 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 okay! Okay! Ähm! Aua! Aua! Oh mein Gott! Ja, äh... Noch mal auffüllen! So! Jetzt geht's hier... Oh! Schon wieder hier! Schon wieder! Aua! Aua! Ey, immer diese Scheiße! Ey, ich... Wieso falle ich die? Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Boah, geschafft! Er hat's geschafft! Mein Gott, wir haben's geschafft! Ich habe's geschafft! Ohohohohohohoho! Ich hasse man... Oh mein Gott! Entschuldigung, weil... ...fuck. Du hast es geschafft. Du erhellst die helle Sonne. Wir haben die helle Sonne erhalten. Eine Essenz Natur. Moment, die helle Sonne? Da brennen wir uns doch die Finger! Junge Sprösslinge wachsen schnell unter dem warmen Strahlen der hellen Sonne. Hui! Ja! Ja, wuhu! Ja, die Musik ist cool. Schon. Und so, ne? Oh ja, kommt schon wieder der Marco-Bomb hier an und... ...hier quatscht uns schon wieder voll. Ja, klar, ne? Ja! Danke, Raul! Ja, auch ich spüre die helle Sonne. Ich träumte vom Wasserfall am Berg nördlich der versunkenen Stadt. Und eventuell ist die nächste Rezentsdorf in der Nähe. Na, gut zu wissen. Okay. Äh... Riki wartet immer noch hier. Hä? Wie kannst du nicht mehr, Riki? Äh, ja, ich gehe da mal hier so lang, ne? Kann man hier hoch? Hier hoch? Nein, hier hoch? Nein, hier nicht. Okay. Ähm... Mir fehlt schon ein Ort ein, wo wir jetzt als nächstes hingehen könnten. Na, ich will hier weg! Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich! Nein, 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 nein! Oh Gott, ich hasse Motten! Leute, ich hasse Motten! Äh, nee. Äh, nee. Äh, nee. Ja, einfach, warte mal. Hier war doch der Ort, wo man Dimitri bekommen konnte, ne? Oh, ich hätte lieber Dimitri gehabt. Ich meine, das ist doch viel süßer, dieser süße Sodongo. Mann. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade hier lang gehe. Und wieso und warum überhaupt und so. Weiß ich gar nicht. Aber ist ja egal. Wir gehen einfach irgendwo hin. Irgendwo hin, wo wir Freude haben. Lass mich hier rüber, lass mich hier rüber, lass mich hier rüber! Was ist das denn? Ach so. Natürlich. Äh. Natürlich. Hallo! Gebt mir gefährlich seine Herzen wieder! Idiot! Ja, dann gucken wir mal hier rum. Und äh, ja. Wie kommen wir jetzt zurück? Natürlich mit Riki, ist ja klar. Ja. Ganz vergessen. Wir haben ja noch unseren Riki. Na komm, Riki. Und ich hab jetzt auch noch was Neues, äh, erfahren. Das hier. Hui! Toll! Wenn ich auch früher, äh, gebrauchen können noch so, ne? Ja. Ach, Moment, hier ist ja ein Weg. Ah, hätte ich auch ohne Riki machen können. Toll! Oh Gott, ich hasse Riki. Hast mich in Ruhe! So. Wir gehen jetzt ohne Riki. Sagt jetzt nichts. Pffi! Äh. Äh. Wo müssen wir jetzt hin? Und wie kommen wir überhaupt weg hier? Was ist der Sinn des Lebens? Und wieso? Warum? Warum das alles? Ich versteh's nicht. Aua! Übrigens, der Sinn des Lebens ist eine Scheibe Toast. Sind wir hier hoch? Äh. 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 Warte, 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 warte. Ich weiß, wie wir da hoch... Natürlich, ohne Riki. Ohne Riki geht alles. Riki ist blöd. Wir müssen... Wir müssen nämlich hier erst mal den hier nehmen. Und so machen. Und einen auf Winter machen. Und dann hier rüber schlittern. Und ein paar Herzen holen. Weil ohne Herzen geh ich nirgends wohin. Und geil, wir haben die Motte geschafft. Ich hab gedacht... Ja. Ich hab gedacht, äh, ja, sonst was. Ach, hier. Ja, genau. Ja, genau. Aua. Hey, Moment mal. Da fällt mir was ein. Da könnte man eigentlich auch... Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Was soll das? Lass mich in Ruhe. Marta, 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 Marta. Und keine Löcher hier. Ja, Marta. Ja, komm. Marta, Marta, Marta. Hallo. Was soll denn das? Marta, hallo. Marta. Marta, 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 Marta. Marta, Marta. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab Marta verpasst. Ich hab Mata verpasst! Das kann doch nicht wahr sein. Wer ist das? Sie sieht extrem lustig aus. Ist das heiß? Selbst meine Ver... Mein wertes Erholungsbad Verschafft mir keine Linderung. Ich brauche etwas Grausiges, das mir kalten Schauer über den Rücken jagt. Hm. Kalter Schauer. Wie wärs mit meinem Next Place? Die sind bestimmt... Die Schauer nimmt bestimmt einen Rücken... Ich meine, ein... Ach, vergesst es einfach. Verspreche mich ständig... Oh mein Gott. Der ist hier schon wieder. Nein. 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 So geht das nicht. Ja. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte nur den hauen. Ich will das abhacken! Ich will das... Hallo. Hallo. Tot. So, mal sehen. Wohin? Äh... Okay, okay, okay. Ah! Okay, hier war irgendwas. Hier ist irgendwas. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ah! Fee! Fee! Hier ist irgendwas! Weil hier ist nichts! 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 Okay, hier müssen wir jetzt rüberspringen. Und diesmal ohne Rikki. Rikki ist nämlich scheiße! Ich hasse dieses Känguru! Das Känguru ist total bescheuert und so, ne? Ah, nein! Ah, hol! Ja. Äh... Genau, ich will noch mal schauen, was da auf der anderen Seite ist. Wo wir jetzt... Ah! Gott, nein! Nicht diese Viecher! Gott, nein! Los, landet, damit ich euch vernichten kann! So. Und rein hier. Oh! Ah! Uh! Nimm das, 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 nimm das! Ah, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das. Ah! Ah! Ja! Genau! Er trinkt einfach. Juhu! Schön! Ok, jetzt geht mein energies lang. Ja, ich würd sagen, ähm... Oh! Da unten ist was. Äh, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Oracle of Seasons. Uh! Eine Fee! Ja! Jaaaah! rauch ich nicht. Die bringt's voll. Ja, also nochmal, tschüss, bis zum nächsten Mal, ne? Also, ähm, ja. Tschau!